Und ein Moinzen zum Vorbericht vorm Spiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Zweite Halbzeit Schwaben, weil eins auch wieder für den Samstag, klar, wir dürfen nie die Hoffnung aufgeben, als Fans ja auch sowieso nicht, aber auch die Mannschaft nicht. Sollte es mal schlechter laufen, mal ein Rückstand ist, wir können das. Wir können das drehen, aus den letzten zwölf Toren des VfB fielen elf Stück in der zweiten Halbzeit, das ist schon ziemlich krass. Dazu viele Tore in der Schlussphase oder auch eine Nachspielzeit, auch gegen Dortmund gesehen und auch wieder in Augsburg. Das Tor ja auch erst Richtung 80. Minute dann gefallen. Geschichte wiederholt sich, Fragezeichen, weil letzte Saison, wissen wir noch, wurden wir 15. aufgrund des Torverhältnisses. Punktgleich mit der Hertha, die musste in die Relegation, wir hatten den Klassenerhalt. Und diese Saison haben wir diesen klaren Vorteil, einen absoluten Pluspunkt, auch tabellarisch. Nur Hoffenheim hat oben noch ein, ich sag mal in Anführungszeichen, besseres Torverhältnis, weil hier sind alle nicht besonders gut. Vor jedem anderen Abstiegskampfkonkurrenten haben wir quasi einen Punkt Vorsprung. Also wenn wir mit dem Punkt gleich sind, sind wir halt vor denen, wegen Torverhältnis. Hoffenheim minus elf, wir minus 15, Augsburg minus 16, Hertha minus 24, Schalke minus 30 und Bochum minus 34. Endo Team of the Season. Aktuell kann man wieder voten für das Team of the Season in FIFA 23. Diesmal für die Bundesliga eine Top-Elf zusammenstellen und ein VfB-Spieler hat sich in der Auswahl geschafft. Unser Capitano Vataru Endo. Also ihr könnt gerne Legendo einbauen in euer Team. Das dann abschicken und damit für ihn in FIFA 23 voten. Endlich mal Samstag, weil Gladbach hat diese Saison ziemlich in die Tonne gegriffen, was die Anschlusszeiten angeht, muss man einfach so sagen. Gerade eben auch bei der beliebtesten, ich sag mal Standard-Bundesliga-Anschlusszeit eben Samstag 15.30 Uhr. So selten wie kein anderes Bundesliga-Team haben sie diesen Termin bekommen, nur neunmal bisher. Das sind jetzt schon Richtung 30. Spieltag, das ist krass. Immerhin am Samstag dürfen sie jetzt ja zu der Uhrzeit bei uns ran. Borussia Mönchengladbach. Unser Gegner und es ist eine Mannschaft, die gerade, würden es wahrscheinlich auch selber über sich selbst sagen, im absoluten Niemandsland der Bundesliga vor sich hin dümpeln. So keine Hoffnung mehr auf oben, aber auch keine Angst mehr vor unten, tabellarisch gesehen. Form schwach aktuell. Die spielen einfach, doof gesagt, die Saison zu Ende so und mehr ist denen egal. So als neutraler Beobachter zieht das da so aus. Und dazu kommen Verletzungen. Topspieler Thüram fällt aus. Auch der oben dabei in der Torschützenliste, also wichtiger Ausfall für uns so gesehen. Benzebaini und Kone sind ebenfalls fraglich oder sehr fraglich sogar für das Spiel. Das kann alles Hoffnung machen. Auch wenn natürlich mehr Datenanalyse und eben mein Einspieler im Pod kann statt gerne hören. Auch schon online seit 16 Uhr jeden Donnerstag natürlich. Diesmal drei Stück zu Augsburg, Gladbach und auch schon Pokal gegen Frankfurt. Und interessant auch, nach den erwartbaren Punkten, nach den Expected Goals, müssten wir sogar vor Gladbach stehen. Aufstellung. Klar ist hier, Mafopanos kehrt nach Gelb-Rotsperre zurück. Dafür ist Ido gesperrt mit der fünften Gelbkarte, die er sich in Augsburg gefangen hat. Laut der Pressekonferenz stehen sonst alle Spieler für den Samstagstand jetzt zur Verfügung. Schon wieder top. Silas wurde gelobt. Er strahlt. Ist eine gute Option für das Spiel, hieß es, hat Hoeneß gesagt. Klar, Führig-Mio waren eher schwächer jetzt in Augsburg, aber weiß ich jetzt nicht. Also klar, die wurden auch zuerst ausgewechselt, aber ich sehe es gerade nicht so ganz, dass er wirklich von Beginn an reinrückt. Sehe Silas oder auch in Koulibaly zum Beispiel irgendwie doch immer noch eher als Impuls von der, ja, per Einwechslung einfach nochmal besser als sogar in der Startelf. Deswegen, auch hier weiterhin ungeschlagen, never change a running team. Preetlo, Mafropanos, Zagadou, Anton, Wagnermann, Endo, Karasso, Sosa und dann Mio, Führig und Gerasi. Klare Ansage, weil Preetlo hat in Interviews nur eine ganz, ganz klare Aussage getätigt, die mir auch gefällt grundsätzlich. Wir müssen sie aus dem Stadion schießen. Also ich erwarte jetzt nicht oder gehe nicht von einem Kanter-Sieg aus, aber die Marschroute gefällt mir. Die Ansage stimmt, weil wenn man im Abschiedskampf bestehen will, sind genau das die Spiele, in denen man punkten muss, gewinnen muss eigentlich. Weil, wie gesagt, die sind in Niemandsland, wenig Erfolgserlebnisse, Verletzungen haben, die sind angenockt. Da muss, das musst du eiskalt ausnutzen. Drei Punkte sollten hier doch schon eingeplant werden. Höne Sparow für PK auch von einem Mix aus Freude und Ernst in der Mannschaft, den müssen sie beibehalten, gut für sich nutzen und eben einfach weiter zeigen, was sie können. Prognose, und die wird auch mal hier ähnlich klar wie die Ansage von Fabian Preetlo, wir müssen dieses Spiel gegen Gladbach gewinnen. Fertig aus. Ich wäre ehrlich gesagt auch enttäuscht, wenn wir es nicht tun, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Letztes Mal, das ist der Fall, war mal gegen Wolfsburg. Also man weiß auch selber dann trotzdem auch einzuschätzen, dass man sich nicht zuhört aus dem Fenster lehnen sollte. Aber auch hier nochmal ein kurzer Auszug aus den Statistiken, auch unter anderem aus dem Port Kahnstadt, aber auch öffentlich einsehbar. Gladbach nutzt statistisch unsere Probleme, wie zum Beispiel Fernschussgegentore, nicht aus. Gladbach nutzt genauso seine eigenen Chancen nicht, viele Großchancen schon verballert. Der beste Stürmer fällt dazu noch aus. Gladbach ist laufschwach. Die führen auch einfach die wenigsten Zweikämpfe in der gesamten Bundesliga. Und das sind Felder, wo wir sogar gerade stark sind. Laufstärke wird immer besser. Und wir sind die zweitbeste Zweikampfmannschaft in der Liga, was die Zweikampfquote angeht. Es kommt also, ganz runtergebrochen, echt mal ein Gegner, dem wir sogar den Schneid abkaufen können. Beziehungsweise müssen von Beginn an, von Beginn an klar machen müssen, wer hier Heimspiel hat, für wen es auch um was geht. Und wer nur in der Liga vor sich hindümpelt, nämlich Gladbach gerade. Wie gesagt, diese Perspektiv- und Lustlosigkeit, die über Gladbach so ein bisschen rüberkommt. Dieses Gefühl von Saison ist doch eh gelaufen. Trotzdem, auch ganz klar, wir dürfen uns nicht zu überhypen. Ich hatte auch vor Wolfsburg viel mehr erwartet. Sonst ist man am Ende noch enttäuschter, wenn es doch nicht klappt. Und Gladbach ist weiter individuell stark. Hat auch Hoeneß noch mal angesprochen auf der PK. Einzelspieler können da schon was. Deswegen, Gefahr ist da trotzdem da. Das ist auch eine ganz klare Geschichte. Aber auch, letzte Heimspieler liefen gut gegen Gladbach. Drei Sieg in der Liga und ein Unschieden. Und danach erst, oder historisch erst danach quasi, die letzte Niederlage, die ist schon länger her als zu Hause. Also Gladbach zu Hause liegt uns dazu auch noch, später gab es schon angesprochen, den Stichpunkten, dass der Rest schwere, schwere Gegner hat. Wir haben es mit am einfachsten. Das ist eine absolute Hoffnung oder Chance auf einen Spieltagssieg. Deswegen macht es hier, diese Gesamtkonstellation, das komplett, komplett zu einem Pflichtsieg, Gladbach zu schlagen am Samstag. 3-1 Heimsieg. Auf geht's. Ewige Tabelle. Auch interessant und zeigt auch aus, wie traditionsreich das Duell ist. Also einfach wieder bunziger pur das Duell. Stuttgart-Gladbach, auch ganz klare Geschichte. Der VfB ist in einer ewigen Tabelle auf Platz 4 mit 2.757 Punkten. Gladbach aber direkt hinter uns auf Platz 5 und die haben nur 2 Punkte weniger. Können also mit dem Sieg im direkten Duell vorbeiziehen und auch generell auf die Saison gesehen, wäre das schon auch ein Ziel, sich Gladbacher da fernzuhalten. Weil es würde auch gleichzeitig heißen, dass du vermutlich die Liga hältst, wenn du Gladbach da weghältst oder bei den Platz 4 verteidigst. Das ist ein gutes Zeichen, dass man Punkte holt noch in der restlichen Saison und dann auch die Klasse halten könnte. Also auch neben Zielen natürlich, vielleicht ein statistisches, spaßiges Ziel nebenher, diesen Platz mal mindestens bis Saisonende zu verteidigen. Und dann war es das von dem Vorbericht. Wie gesagt, Spieltag kann sehr gut laufen. Hoffentlich enttäuschen uns die VfBler nicht, eben auch mit einem guten Gefühl ins Pokalspiel zu gehen, im Pokalgracher zu gehen gegen Frankfurt. Wäre natürlich auch sehr wichtig und dann ja auch die Woche drauf schon härter auswärts. Also gerade jetzt darfst du dir keine sinnlose Dämpfer, wie zum Beispiel Niederlage gegen Gladbach wäre, darfst du dir jetzt nicht leisten. Tipps morgen im Video, wisst ihr auch. Lass mich gerne nochmal zu den ganzen Geschichten in den Kommentaren da. Like und Abo nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao Green. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020